Servus Leute, ich bin bei KW. Heißt für euch, ich hab für euch was rausgearbeitet bei Klaus. Wenn ihr im März oder April ein Clubsportfahrwerk kauft, zum Beispiel wenn ihr euer Track-Tool wieder vorbereitet für den Track-Day, bekommt ihr einen Gutschein von uns über 300 Euro. Das heißt, wenn ihr einen Track-Day bucht bei unserem Partner, RSR, Instruktorenbörse oder schnellen Schwaben, bekommt ihr 300 Euro Rabatt. Cool, ne? Fahrwerk einbauen und direkt testen. Was wollt ihr mehr? In dem Sinne, tschüss. Vielen Dank.